wahrscheinlich den großen abtrag werde ich ihnen nicht sagen dass sie steine einlagern sollen weil sonst dauert es zu lang was ich jetzt wiederum richtig cool finde sind die texturen hier teilweise also ja beziehungsweise sobald die lager die steinlage auch noch voll sind werde ihnen sagen sie sollen hier oben nur noch graben also nur noch eisen und schwefel ab einsamen du da ok 16 ist das maximum was wir lagern können an barren das finde ich übrigens sieht auch recht cool aus wie die barren da gestapelt sind also ja ich liebe das spiel eigentlich ich finde es richtig cool aber die bugs sind furchtbar kannst du eigentlich die beiden holzdinger nehmen damit die nicht rumliegen und sie wieder auf den hackflock packen dankeschön so gleich wird er oft auch seine arbeit einstellen weil er voll ist dachte ich jedenfalls ja tut er auch gut also kann man das eigentlich ganz gut lassen ja der ziel lager wurde voll und ja ich denke mal wir können hier oben sagen keine steine mehr liefer du deine steine noch ab ja 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 So, es sind nur noch diese paar Steinchen da übrig und dann müssen wir mal wieder Schwefel und Eisen hier abbauen. Einmal Eisen hier, einmal Schwefel hier. So, nicht mehr lange, dann haben wir unseren siebten Mann. Würde ich sagen, ein Altar. Und ein Lager für Eroberer, damit wir die drei Dinger erobern können. Die dürften uns reichen. So, da kommen Eroberer hin. Bitte das Eisen wieder. So, ablegen. Macht mal auch mehr Glas. So, da kommen wir uns. Was ist das? So, dann setzen wir mal unsere drei Eroberer. Aber an das Ding kommen wir nicht so leicht ran, ne? Dann auch in den bei außen rum gehen. Jetzt sind sie wirklich gut dabei, das Ding abzutragen, muss ich sagen. So, unser erster Stein wird eingenommen. Und hier ist nichts mehr, was wir brauchen können. Also weg mit dem Teil. Gut. Hier wird Stück für Stück abgetragen. Irgendwann werden wahrscheinlich alle nur noch da arbeiten, wenn die anderen Sachen abgeschlossen sind. Das hier sieht irgendwie jetzt komisch aus. Na ja, wenn der Berg abgetragen ist, haben wir hier sehr schön viel Platz für unsere Burg. Okay. 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 Hier bin ich. Wo? Wo? wir haben jetzt drei steile das heißt wir kriegen schneller energie für mehr projekt da ist das eisenhaft gebaut der schwefel wahrscheinlich auch demnächst unsere lager machen einen guten eindruck da können wir gras abbauen da ich nicht weiß was davon alles abbaubar ist beim gegensatz zu bäumen wird das gras nicht hervorgehoben ihr beide können eure zehn steine abliefern also scheinbar ist nur das gras da sammelbar so die steine sind abgeladen dann Hup! 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 Wir können ja auch mal versuchen einen Burggraben dann um unsere Burg zu machen. So, einen 2-3 Felderbreiten Burggraben, der 2 oder 3 Blöcke tief ist. Ja. Also... Ich hab ziemlich oft genug Kommentare jetzt gekriegt, dass Leute wollen, dass ich Castle Story weiter spiele. Oder hab gemerkt, dass Leute gerne meine Castle Story Videos gucken. Aber... Bis jetzt Kommentare nach Wünschen habe ich keine gekriegt. Deswegen stoße ich das Ganze jetzt nochmal an für dieses Bauprojekt. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Anregungen und Wünsche habt, was ihr sehen möchtet, was ich machen soll... Oh, die sammeln hier oben doch, krass. Na gut zu wissen. Ähm... Dann... Sagt's mir ruhig, schreibt's mir ruhig. Dann werde ich gucken, ob wir das umsetzen können. Ihr habt da jedenfalls eine Woche Zeit, wahrscheinlich länger. Weil bis wir den Berg hier abgetragen haben, dauert's ne Weile. Und sogar die Kakteen sind sammelbar, hm? Bring nur nicht sehr viel. Das heißt, ich könnte theoretisch auch hier... ...in unserem Lager eine Grassammelstelle machen. Weil Gras ist bei uns jetzt grad wirklich ein bisschen knapp. Und ja, hier ein bisschen planieren könnten wir auch. Das ist ein Steinbruch, das war falsch. Moment mal, äh, das hier ist auch ein Steinbruch? Ja, Tatsache, das ist ein Steinbruch. Ja, Tatsache, das ist ein Steinbruch. Ja, klar, die Tiefe möchte ich als Steinbruch haben. Nein, danke. Ich möchte nur, dass sie hier... ...mir ein bisschen den Boden ebnet. Äh, ja. Ja, bei dir wäre ich dankbar, wenn du das Glas abliefern würdest. ... ... ... ... ... ... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ach stimmt, die Größe kann ich ja nicht mehr ändern. Ach stimmt, die Größe kann ich nicht mehr ändern. So, oh Gras ist voll, deswegen lauft hier mit Gras rum, ergibt irgendwie Sinn. Warum du mit Schwefel rumläufst, ergibt ihr doch keinen Sinn. Warum du immer noch mit den Eisenbahnen rumläufst, ergibt auch keinen Sinn. Hallo. Na gut, ich werde hier jetzt speichern erstmal. Das ist LP Sandkasten. Wir brauchen ja keine unterschiedlichen Let's Plays. Speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich den Berg weiter abtrag. Also, bis dann. Bis dann.